ja hi und willkommen mein name ist dann hier und ich bin battle mario master mein gott dein gesicht ist riesig wenn ich genau davor stehe ja denkst du dein gesicht ist nicht riesig wenn du direkt vor mir stehst vor allem der gesicht ist richtig gruselig weil du keine augen hast also du hast nicht wirklich augen wo wir hingehen baue ich kann da insel das dahin gehen soll ja nagen ist fast im eimer aber wird soll ja was soll es nicht durch meinen neuen herr kann ich nicht war kunst ja ich habe ich habe noch zwei kaputt ich habe noch zweieinhalb kaputte ich glaube hier an unseren dünnern in unseren netzen wo mit euch ja auch verdammt ich hatte nur ein auf lager dann habe ich eben zwei hier sind müllwürfel ich nehme immer mit ja ja wir haben jetzt übrigens auch ein recycler ich habe heraus wie man den macht ja jetzt können wir uns müllwürfel machen und wir haben halten wir einmal dem letzten fahrt eine bohrinsel gefunden und er sagt er hat heraus von mir eine herstelle ja ich habe ich habe herausgefunden wie man den herstellt ja nein habe ich ja ausgewohnen ich habe ja mein wissen gegeben mit meinem bauch nein hab du nicht ich habe darauf gefunden also richtig geil der dinge nur ein nutzlosen zeug der man nicht brauchen der einpacken einfach ja es ist besser ist einfach nur wegzuschmeißen ja ja mein gott aber vier planken mein gott aber ich habe hier voll viel bauen bauern wird zeugs wieder haben die ladung federn da rein haben noch so viele weil ich tue ich tue ich tue auch eine ladung ein blätter rein wenn ich sogar zwei ich immer zwei ladungen teilen wässer rein so mein gott ist das hier ein schönes wetter ich gehe auf die insel aber du sagst wenn noch eine sekunde macht man naja wissen wir sollten wir nicht lieber schlafen gehen aber jetzt bin ich schon hier oben irgendwie komisch ich sehe ich darum sind dem baum nehme ich mit ich glaube ich möchte mich wissen wir tatsächlich neue neue farbe erstellen naja das war ein paar herstellen hier oder sie will nämlich tatsächlich noch ein paar vorhinge blau streichen ich glaube jetzt habe ich daher jetzt habe ich sehe ich denke seine weiße farbe eingesammelt verlaufen ist eine kiste und sich hin für anderen seien wir sollten darüber kommen da muss ich rüber springen wo ich da hoch mal nicht so ich habe meine weiße v zu der anderen weißen farbe getan er muss ein paar mit blau farbe erstellen und gelbe am besten damit könnte ich mal grün machen nämlich an ja aber irgendwie läuft das teil gerade hat nicht wahrscheinlich mal bestehen wie komme ich doch ob ich da hoch mal nicht mehr aus geile im glitschen die wände hochlaufen sagt rote blunder stimmt was du sie haben ja skyrim gespielt da tut man auch immer berge hoch laufen aber ich habe schon wieder kein platz ist klar dann hätte ich eben die zwei melonen weg da liegt schon eine anders ja alles gesponsert von ananas welche flucht ananas dann fallen weg damit ein paar noch einer für die sammlung die blumen weg mein gott haben wir mehr als klug nimm die blumen mit ich will diese blumen das ist gar nicht so was hier angesammelt habe so reiner jetzt jetzt haben wir endlich mal nicht mal den sinn von dem blut umgefunden jetzt müssen wir sie auch mitnehmen oder war aber eine kiste dabei cooles zeug sind aber cooles zeug und meine flanke gesehen wie es weg mit der mit geschmolzen so ich fange jetzt erstmal wieder an hier die ganzen kaputten stellen hier mal zu reparieren nein ich wollte nicht sitzen warum nenne ich mich automatisch gegen die band wenn ich mich auf den sofa hinten sitze weil sie nicht weiß ich noch mal weiter ich weiß nicht da unter wasser aber ja gut kommen muss ich mich auch irgendwie nicht nur gut tausend sich schon bei den anker anker lichten jetzt die segel ah ja tatsächlich das teilbilden das teilbilder tut nichts wer wenn das fluch steht mein gott für grün brauche ich drei gelbe ein blauer und einen schwarzen nicht ein schwarzen also schwarze farbe haben haben wir noch da drin 16 stück nach dem bad für einen grünen ton ich brauche wenn ich hätte auch gerne die lieber sind da kannst du ändern den ton oder so so ein schwarzblau erst mal erst mal dinge reinpacken so war da mehrere pflanzen reinpacken direkt blume lauffarbe aufnehmen da sind 33 blumen drin ach da ok lauffarbe einnehmen alles klar ganz gesehen die dinger hier da wird hier mal die farbe erstmal ist hier rein und jetzt mal ein bisschen farbe gründen wir haben auch 120 weiße ja ja ich hab deine ich hab deine weiße farbe daraus geholt alles klar cool cool naja ziemlich cool warum ist das schrott drin unsere farbbox so ich brauche jetzt erstmal hier ein bisschen farbe immer glück ist fast wenn viele sachen drinnen neun stück davon auch eine schwarze farbe davon haben wir genug palmen wir können dann wieder weg in das ding ein so mein gott das wird jetzt cool aussehen mein gott die sachen netzen drin ja mein ganzes inventar voll mann ja ich weiß mal mein gott eigentlich auch mal aber ich bin ja wieder alles um sortieren und so ja ich hab mal zwei folge machen war gestrichen rechnen schwarz und streichen ja ja es ist ja noch drei vorhänge übrig das sind teile dann ich habe ich habe jetzt gerade nur meine gestrichen nicht dazu irgendwas zu streichen ich tue ja unser fluss managen ich tue ja auch ein bisschen managen nicht ich verhungere und verdurst gleich noch cool ich glaube für die ganze zeit immer noch von den dingen ja vorbei an den netzen scheiße unsere schrott presse hat aufgehört wir brauchen wieder mehr mehr sachen zum reinwerfen ich tue alle palmenlätter jetzt immer hier sofort einpacken sehr gut so sie über die allein sehen was ich weiß gar nicht was man die firma braucht nicht weil sie genau nicht ich weiß doch mal eben die fehler nur ein da guck mal nach unserer farbe ja wir tun einfach irgendwelche random farben hier ein pflanzen jetzt pflanzen meinig dass ich schon hier in und wurde dort gesehen wird denn unsere vorhänge na hier siehst du ja beschäftige du immer mehr du dass du immer hier beschäftigt bestehe hier hier habe ich jetzt gewonnen ich meine ich stehe genau ich stehe direkt über dir ich stehe deutlich über dir na warte ja da ist ja das war meine geld farbe ja ist ja mein grund ist der viergelbe farbe jetzt 90 gelbe farben soll ich fahren wir mal noch nicht rot so und heißt tot es gibt ein kopf rote blumen rote blumen rote blumen rot 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 das war natürlich mal denn den blumen die blumen durch mal hier neben unserem farb nehmen unser farb ding da ein halb jünger fallen lassen ich kann platz hatte das war unsere blumen ließen doch immer irgendwie was zu tun ja ja und ich sehe eine insel wir steuern auf eine insel zu ja und habe schon fertig mein gott geht das schnell von der minuten ist eingepackt da ist aber jede farbe moment hier ist doch farbe da haben wir farbe da haben wir blumen das kannst du dir auch eigentlich mal meine folge ansehen wie schön ich die gestrichen habe wir müssen ja nichts unserem baum ding wenn ich da kann man es ja sogar schon sehen kann man sehen selbst die siegel auf diese insel da hinten steuern geradewegs darauf zu nachher stimme ich habe ja noch ein kopf alter streicht er so viel grün ein also hier soll ich hier soll nicht alles grün sein hier muss auch einiges blau sein oder so im bodenblau gemacht also nicht ja einfach so die ganzen ganze ganze wand hier in anspruch nehmen die ganzen pflanzen und so die sind doch grün übrigens wir sind an der insel ja genau davor es geht ja ja daneben blöd fähig das war eine blume ist mein haar kaputt gegangen und das erste was ich gemacht habe ist direkt zum futter nicht ich habe keinen platz habe ich die ganze zeit weil wir jetzt wissen was wir mit blumen ja machen können aber jetzt natürlich kein platz war oder eigentlich nichts von den kleinen inseln irgendwie hat holz und so metall gesagt die ganze zeit mit die ganze zeit reisen dabei sagt metall erz ok und er kommt selber hinaus steckt erst mal blaue blumen rein kleinen kleinen insel sind nicht mal so berauschen finde ich haben irgendwie ihren scham verloren ja und oh mein gott jetzt haben wir wieder richtig viel schwarze farbe dann setzen setzen wir mal die segel setzt die segel also für holz damit machen ist noch nicht genau was also kleinen zwischengang hier für uns auf flagge hier überhaupt schon mal gesehen die flache ja da kann ich die hier im packen aber die ganze oben ja was kann man auch mal anstrengen wenn du willst das schwarze oder blau ja schwarz schwarz blau das ist das ist auch unsere flagge wo sie das schön aus was sie jetzt ja voll schön aus ich bin schon wieder ins loch eingefallen bald für uns für jeden von uns hier sein eigenes zu machen da wollte ich noch mal suchen da wollte ich suchen wo war nochmal ok so mit stück wenn ich hier mal so blumen kommt schlägt er sie anfangen haben wir auch irgendwo noch so eine kiste für die blumen sam ja 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 habe gefunden hast du dir gedenken du scheiß hey du scheiß sie immer da ich es jetzt deinem bruder ich habe gerade dein bruder gegessen der denkt sie ja auch einfach so so dumme stück warum wasser von so blumen ja wasser für die blumen ich muss jetzt ein bisschen sortieren ja 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 wir haben wir massenweise blanken so jetzt haben wir noch einen weiteren heilkopf den können wir unserer sammlung hinzufügen 11 einfach an unserem wenden ja außerhalb platzieren damit die haja schon wissen worauf die sich einlassen ja dann so sehr sehr seht ihr das das sind eure brüder und schwestern wer wenn ihr uns in ruhe lässt dann joint ideen dann schaut ihr der party oh mein gott wie viel blut hier drin alles einsammeln wir haben gar nichts alles einsammeln und ab damit in die kisten ja ich ein vogel kümmerlich drum ich kann nicht ich kann auch gerade ich kann auch gar keine zeit muss sortieren mein pinsel aus geflüchtet wir haben so viele planken hier drin ja 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 schon so wenn wir da oben aus da stimmt da müssen wir eigentlich ja eigentlich den vogel hinhängen denkt neben dem warzenschwein erst mal alles hier befeuern weiße farbe ist auch wieder fertig ausgezeichnet nehmen wir etwas rote fahre will ich an braucht viel blaue farbe braucht viel blaue und schwarze farbe schwarz habe ich glaube ich gerade auch gemacht 114 90 da haben wir auf jeden Fall ganz viel blaue farbe weil wir wie man sehen kann hast du meine vorhänge gesehen in die schwache schwarz blau die sind die immer noch nicht gesehen vielleicht existieren ich glaube wir sollten auch einfach mal erst mal schlafen gehen ja ich muss jetzt mal eine ganze melone essen ja manchmal eine ganze melone weil wieso denn auch nicht und dann noch eine ananas 2 ananas 3 ananas 4 ananas 5 ananas 5 ananas und eine kartoffel da ist eine große insel das endlich mal eine große insel meine güte da ist daneben direkt auch nur groß sind was dann der teufel das war die ganz schädel das wären so zwei große eben sind direkt nebeneinander das ist perfekt für den nächsten part das war ein fass gewesen so jetzt aber erst mal schlafen gehen ja ich kann es auch immer die folgen so guten morgen okay warum bin ich hier oben aufgewacht ich bin hier oben aufgewacht irgendwie so war man ja auch wenn du aufstehst machst du einfach hier oben auf auf lol einfach lol naja da leihen sich schon wieder ein geier darum ja wieder ein screecher nein meine kugelsnüsse jetzt bewegt doch alles nein aber laufchen vorgarten lässt war hat vogel im nest feder aufnäher toll hat eine fehler hinterlassen ist ja nutzlos alter das ist die gigantische insel irgendwie sind wir wieder vom kurs ab von dem blauen linke kommt weiß nicht wie ich da schon wieder passiert ist ja gehört dass wir sehen hast jetzt eigentlich mal meine vorgängig ist ja ich habe gesehen blau karriere schöner lauten blau schwarz karriere die sind voll schön aus das kannst du übrigens auch einstellen ja habe ich gesehen so muss da kann zu machen ja wir platt schon wieder ja ja gleich sind wir da nein unsere sachen schwimmen da hinten weg nein mein haken ist kaputt ja ich habe auch noch auch noch ein aber den viertel voll ist aber da draußen sind ja macht so platt ja auf zur insel ich komme gleich ich hoffe ich bin die ganze zeit voll wir finden ja so einen blöden puffer verschirrt wenn ich mal hat dinge erst denken nicht der ganze voll die ganze zeit vorher kommt es mich an also wie gesagt du kannst ihn auch mit mit pfeilen abschießen also behältst du sogar sogar auch noch die distanz zu ihm damit er nicht explodiert naja das war sowieso mein plan das war erst mal alles entleeren und dann gehe ich da ein hier muss ich schon wieder dings da pflanzen 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 ich muss mich mal wieder um bruce kümmern hallo scheiß ich bin gleich tot was bruce hm er ist bruce ist ja gut und wir haben ja schon verstanden warum sollte man einem hei trauen ne was machen denn zwei lecker wissen wie ihre hier noch zu spielen so später stunde habe ich nicht mehr so gut an dem film erinnert der einzigen ziemlich noch kenne mit dem bruce oder was ist mit der schildkröte also also dem crash sagt mir was aber der bruce hat mal wieder das floß angeknuspert ich muss es eben reparieren mein ich hier nein als und da rein da kommt hier hin so ein headbanger vogel ich glaube die batterie ist leer ist die schon leer ja wie kann die schon leer sein mein gott mein gott für jetzt keine lust ich muss was trinken und die muss dort essen so haben wir noch ein paar steine oder so ein paar seile nicht mehr die man mit damit ich mir unterwegs was herstellen kann noch so ja haben wir sogar noch so hier noch so ohne mann 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 ja ich sehe da wo ich sehe darum den screecher naja er ist schon darum geflogen so was ist war ein gott natürlich dann auch noch er und wegpacken da haben wir ja nicht mehr hat den kann man ja da reinpacken auch wenn wir dinge noch nicht an ist so dann aber essen haben wir noch eine kiste mit den schalen ich habe immer noch nicht eingepackt ich wollte ja eigentlich da hinten hinter den kochtopf einpacken die schalen so habe ich jetzt auch dahin wenn die eigentlich schon mal vor irgendwie immer machen und schon mal füllen vielleicht auch eine idee ja habe ich ja gerade getan ich bin ja gerade dabei meinen ganzen unnötigen krempel hier einzustecken ich muss jetzt mal wieder ein kunststoff über ein tun da kann ich mich sonst ein halbes inventar habe müssen sachen irgendwie automatisieren ja naja es entwickelt sich halt einfach so zu so einer eigenen routine ja ja wir schauen ich habe noch ein bisschen trinken gebraucht klanken brauche ich nicht mal irgendwann sagen würde dass du mal keine planken brauchst ich habe noch 17 planken bei mir also hier so richtig dahin da eigentlich dahin war so irgendwie nichts interessantes das ist in der meereswelt in der welt des meeres ja und sie sehen sie aus dem scheiß cool stein und sand ich bin noch gut gefüllt also ich kann es noch einmal trinken dann bin ich auf maximum rum so na gut vielleicht noch sie super fällig ja ne ist sie so befällig dann würde ich mir einmal sag ich nehme meine schaufel mit 40 schmutz finde da das ist was da dass ich davon halte was auf also also gleich da ich gebe sein moment da was kill 50 birds alles klar aber kill 50 birds ja plötzlich angegriffen so hat geheimnis haben wir auf diese insel hat er hat sich gerade wirklich schon der screecher angegriffen ne da habe ich da gerade angegriffen ja 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 wait for me i have the little baby legs come with me determine the baby if you wanna live na na ja 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 okay na na geht vor me tu guck du bist aber vielleicht was habe ich zu essen zu essen habe ich dabei gut das ist so ein punkt die können damit können wir nichts machen ich weiß so eine kugel fischer finde ja nämlich mit rote beeren rote beere rote beere aber dann wenn das spiel wieder an weiter zu dieser fucking screecher weiß nicht wo du bist ich habe es ja gerade voll chillig wenn ihr doch eine etwas erhöhter plattform stelle ich irgendwo unter ich glaube ich habe einen puffer fisch also habe ich den hier mit dem bogen erwischen kann haben hier ein kollege hatte dich lockt ich erst mal land ja kommentar hinterher und mit einem blöden gesicht direkt auf mich zu betroffen betroffen und betroffen betroffen ist er tot ja wir gehen nach dem bingner polpo häusen papa hunter und jetzt kannst du dir einsammeln vielleicht schön vielleicht sogar nach oben geschwommen wir haben sie einsammeln ich kann mir eben nicht interagieren was aber zu mir am besten wo bist du ich muss mir gerade um heikemann ist ja wieder geglitscht wie mit der ist ja tot aber ich kann mit dem nicht interagieren erwartet für mich da gleich mal hin ja ich bin in der nähe des flosses da heißt gerade ja und ich bin gleich todig ich bin sowas sterben wo steckst du ich kann nicht mit den interagieren der haie ist schon so gut angeschlagen es wird irgendwie immer besser zu wissen wer wenn man weiß wo man ist oben auf den stein in klein stein klein stein leiten sind lichter auf der insel da so ein handelsposten sehr ich kann sie ist nicht hinter der stück ist ja ich war alle erteilen gerandet ja auf den stamm wieso ich dich nicht sehe ich sehe ich die ganze zeit der hinter der kohle für stehen also die ganze zeit bleibt weil ich gehe erst mal zu den lichtern hin das handelsposten tatsächlich müllwürfe ich weiß nicht wirklich warum ich nicht mit dem interagieren kann der ist ja tot bei mir am lieb ich bin ich bin so gut wie tot war machst du denn ich bin tot weil da gut aber einfach so warzenschwein ich habe gesehen da bist du aber schlagen wenn man besser was sehen können ich weiß nicht ob das ding da noch bleiben naja naja guten morgen morgen schon wieder hoch gelandet ja ich bin hier ok dann dann fühle mich mal mal dahin da vorne aber das irgendwo ist noch da jetzt wo wir geschlafen haben wird da liegt da noch also schwimmt noch damit er nicht interagieren also da da ich kann ihn sehen lassen wir mal daran ja ich kann ihn aufnehmen ich weiß nicht warum ich nicht ich habe ihn ich habe das exklusive pulver exklusiven schleim nein 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 wo ich noch ein finden kann ok ich habe das mal eben aber da hier exklusiver schleim kann in einer schneemelze getrocknet werden ja gut mache ich 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 nehme ich an muss hier exklusiven schleim platzieren aber da hat er mich angegriffen der blöde vogel ich komme zurück zum fluss ja kommen wir zurück zum fluss vor allen dingen ich muss mir noch heilen unbedingt da ich gehe mal zum handel zu posten lassen ja das ist ein wartenschwein das habe ich auch gerade angegriffen helfen geht er weg all da also kiste wieso habe ich davon hier aus noch gehört da wird nicht kopfbrühe haben wir nicht schon kopf brühe ich glaube nicht so ich komme hier müllwürfel für baum war ihr für irgendwas für eine also wir brauchen auch über diese müll wir haben diese müllwürfel aber ich wäre es nämlich getroffen du bist du bist du ich sehe ich nicht aber wenn er jetzt kommt nicht tot aber da kommt da ich bin so was tot ich habe dich gesehen ich rede durch muss natürlich jetzt ausgerechnet noch kommt der typ war tragen mit beschwindig jetzt bin ich mal hier gelandet exklusives pulver ich habe es einer vorstatt ich erforscht das öffnen exklusives pulver erforschen netzkanister jetzt kann ich ja auch herstellen ausgezeichnet und der bock dann kann man direkt einfangen mal sehen was brauchen das wollen exklusives folger stein und sei außer gar nichts exklusives pulver stein und sei okay also ich habe da auch noch ein 1 drin dann nehme ich mir das nachher und dann wer welchen sich sowas herstellen und ich kann die kopfbrühe mal hier bei den dingen denken da waren wir eine rübe eine kartoffel wir waren zwei kugelfische und was ist das milch ich mich haben wir noch nicht nehmen ich habe haben wir wirklich nicht alle alles so sachen die wenn die wir im nächsten mal herausfinden könnten aber erst mal aber ich will das ist schon wieder tot bist ja fast ich verhungere wenn noch im wasser hier gucken ob ich zum weiteren puffer fisch finde ja denn ich werde ich einfach mal die buchleinische nein nein du misststück wer ist eine ananas ganz lief mehr der originale nahe von spongebob mein gott dann hätte ich eben die krokusen ist kein problem und die andere auch und die auch und die auch sie sind schon wieder alle weg gesandt dafür gibt es keine schlange an der snackbar hallo hallo die machen sicher pause ich muss ich muss ich muss es tatsächlich meine fische nutzen übrigens in unserer presse ist ja wir können hier sowieso nicht blitzen haben wir keine batterie mehr was nicht wo du in der kiste ich meine dass ich nun dass ich noch eine drin habe wir haben zwei lehre schade na gut ich glaube da müssen wir die wegschmeißen ich würde die leeren noch behalten also kann man bestimmt noch mal aufwählen wie irgendwie kann man die aufwählen glaube ich habe ich gesehen meinst du ich meine ist noch ein paddel gewähren die ganze stimm ich hier stimme ich muss ja noch seile und steile und steile noch wohl im moment warme seile das sogar steine ich habe keinen nerv für so war gerade ich will das gerade nicht ich will das jetzt nicht ich bin so verkehrt recht da wo ich mache ich noch so nicht finde ich bin so verkehrt recht da jetzt ist da jetzt habe ich den rohen schenkel gefressen nicht den rohen schenkel ja ich habe den rohen schenkel gebrottert weil du mich abgelenkt da da netz das so stimmt ich brauche vier seile eine nicht zwei ich brauche mehr dann brauchst du exklusives pulver ja ich habe einmal habe ich ja wir zwei exklusiven pulver habe ich bei mir habe ich brauche auch seile muss es nicht eins erforschen die flassen habe ich ja habe ich schon getan und der kunde fischer hat zwei hinterlassen okay oder um ist eine kiste ich glaube da müssen puffer fisch wieder doch doch ich glaube erst mal die kiste so warte moment so jetzt kann ich jetzt jetzt kann ich den netz kann es dauern ist da machen so ich versuche den maria anzulocken erst mal wieso sehe ich den regen unter wasser ha ha jetzt hier jetzt bin ich bereit ein stück ja ja dieser gesamte kreis der der würden der wird sich jetzt schließen 12 3 und dieser geplatzt ich habe ihn aber nicht das schwebt was der tod wieso habe ich jetzt das achievement bekommen weil ich eingetötet habe ich noch ein auge gefüllt ich kann sagen ich weiß nicht warum du jetzt erst das achievement dafür bekommst du hast ihn getötet ja hat sie ihn auch genommen ja let's go also hat sie es auch diesen komischen kopf ja solltest du mal aufsetzen kann man zurück zum flossen und setzt den kopf dann mal auf wenn ich groß hatte die sehntein bekommen was ich habe auch zwei explosive schleife bekommen ja da können wir ein netzwerfer man da kann ich dich zur zielgemeinden wenn ich gefunden habe ja ich habe ich habe ja schon ich habe schon nein der high knabbert an uns am flot nein und da war der hat geweck direkt das stück ich habe dich gesehen ich sehe dich sie ist die da so aus als ob du bini tragen würdest mit stacheln beim weg fliegen noch getroffen hat na ich schade es war wirklich dann kommt da rein ja er kommt in die schmerze rein genau lassen jetzt musiken schreiben in die schmerzen einpacken mit dem feuer ja ich meine das ist das ist natürlich voll die geniale idee das ist eine exklusive über schleife dennoch mit mit feuer zu entzünden ja genau ja sind wo ich ja komme macht man das so hier ja hier guckt über die animation an also guck mich an hier hinter dir und jetzt ja ich habe schon ich habe schon eine netzkanister da drin na gut ich hoffe man braucht nur ein da kann man auch ein also also ich glaube man braucht mehrere damit man auch mehrmals feuern kann ja aber ich nehme an du brauchst ein um irgendwie zu fangen ja da muss damit halt treffen wenn ich mal was ich jetzt noch mache immer noch in dem park machen und so schade ich glaube ich kann ich glaube das geht nicht ich glaube ich kann den fisch da nicht dranhängen weil ich kann ich kann nicht daran hängen an das trophäenbrett vielleicht ist das zu groß so warte mal aber es gibt es gibt so einen kleinen warte mal ich mache mich im nägel ich kann noch ein netzkanister herstellen soll ich für dich geben soll ich empfehlen ich mache warte geht nicht na warte mal dann tue ich ja den fisch mal eben da rein da tut man ein bisschen die netzwerfer position auch mal hier der kopf auch schon analysiert von dem ding kann man damit machen ich glaube da braucht man irgendwie für ein rezept der kopf war eines kugelfisches warte mal das mache ich mal eben mal gucken kann man ihn erforschen kann man nicht erforschen erlaubt im metall kann ist da kann man nicht erforschen jetzt komme ich will noch vor ende des parts die ziege einfangen geht ja 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 warte 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 ich muss eben eben bis in ordnung mal mann ich habe so feuer fucking viel zeug dabei muss ein bisschen platz schaffen ok 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 so lederweste wolle wohl jeder meint heilsalbe jeder helm und ich muss mal wir schlafen gehen wir bauen die verdammte wolle hier ich bin bereit auf die jagd zu gehen da war endlich den rucksack herstellen dann haben wir mehr platz ja hoffentlich dann machen wir ein auf bär und vogel schlafen dann bringe ich dich zur ziege ich weiß nicht wo wir die lagern werden aber irgendwo wird die schon platziert werden unsere linken hosen tasche irgendwo dahin war die ein bisschen dauern wo eigentlich nicht soweit war nicht entfernt irgendwo da ist sie rum stolziert ich habe ja baum noch ein schuss oder irgendwie sowas nicht zu fangen nur habe ich gehört aber die fangen wenn sie sich bewegt das ist wahrscheinlich schwieriger naja warte bis sie zurückkommt das dafür jetzt das schwierige sein eigentlich nicht da lang dass das blöde wachsen war der stinke blieben weil wir sehr blöder moment kreis legen würde ich auch gerade sagen weil du dich um die zieler wissen nein was aber kann sie wieder einsammeln oder ich kann die netze nicht einsammeln das muss ja aus nächster der erfolgen ich hab's ich hab's geworgen du schleppert durch die gegend ich bringe sicherheit die am besten ins lager eintun kann oder so ist keine ahnung ja ja vielleicht so einen zaun oder so bauen müssen wir ja dass das musst du machen okay natürlich so lange ins lager er hat die zige essen nein nicht meine zige meine zige warte macht die tür zu solche zige abwehr ablegen also soll ich schon den rennen schere 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 da ist die schere kann ich jetzt machen kommen wir tragen nein da brauche ich nicht nein warum kann ich nichts mit dem machen wenn ich nur tragen hallo vielleicht moment mal das ist jetzt ziege ich mal glaube ich glaube sie braucht erstmal gras ich glaube ich glaube sie muss erst mal im gras fressen wir müssen wir müssen zum eilen das floß vergrößern in dem bereich wo das gras ist man müssen wir dann zauern machen damit 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 die ziege nicht abhaut ich halte mal die ziege meinem fest ich nehme jetzt nicht an die hier so schnell abhaut können wir können ja bei uns im zimmer einpacken am besten da sind zwei will ja da möchte ich ja kannst du für mich eben die tür öffnen weil ich kann die tür nicht öffnen dankeschön möchte bei uns im zimmer rein hatte aber dann noch nicht ich muss erst mal tür ja nur zur sicherheit überhaupt für eine tür holzfenster holztür sie so breit eine sekunde eine sekunde eine sekunde wir haben unser erstes tier gefangen ja und wir können sogar umbenennen erledigt so an der warte mal jetzt kann ich auch hier hoch ne mache ich auch eine tür am besten damit ihr nicht auf gedanken kommt so kommst da oben zurecht na ja ja ich tue ein bisschen besorgen dass sie ja nicht hier wir sollten auch unbedingt anker lichten und von der insel verschwinden ja jetzt nicht noch mehr sagt mir also ich bin mit der ziege hier voll zufrieden wie hat sogar namen stellt jetzt ja ja so soll es mal abstellen ja ja manchmal nicht bekennen ok na wie geht's ja natürlich wir brauchen den eimer weil ziegen geben milch keine wolle einmal da müssen wir da dürfen wir doch nicht schnell erstellen können ja aber doch nur metallerz oder irgendwie so hallo unser erstes tier durch mal hier ich hätte ich hätte mal fest während du neim aber naja also natürlich mal ich nehme an wir tun hat erst mal probi so stehen da habe ich die bilden gepackt ok was wenn ihr ob das eingeht da wo ist ein eimer ich finde nicht die findest unter nahrung nahrung bosse für drei planken schritt und ein seil also das war noch ein bereich dafür worden metall irgendwie sollten ok so herstellen ja ja weil auf jeden fall zeit ist auf jeden fall geraten einmal symbol an ja kannst du das machen ja einmal voll habe ich wir haben mich ja ja hallo hallo kann ich ja runden furchtbar kann sie erforschen weil du nicht schade aber ich denke mal dass wir auf jeden fall damit was machen können ich trinken also nehme ich mal muss immer hier etwas futtern und dann kann sie wieder dann kann sie wieder wieder erzeugen sowie die tiere in minecraft nämlich an der läuft dann ab denke ich auch aber hey wir haben wir haben es geschafft wir haben unser erstes tier gefangen was wollen wir mehr noch ist das gar sei wir haben ja auch so ein weiterer und sich gerade kritik hat so ein bisschen ja cool ausgezeichnet ich muss die stellen reparieren und ich bin ich bin durste gleich und verhungere auch wunderbar aber hey wir haben immerhin ein tier gefangen ja ja manchmal nehmen wir uns nämlich mal ein baum bei mir so ein saun oder irgendwie so weit da bauen wir uns ein zaun und dann machen wir uns hier eine farm auf naja da müssen wir halt nur wir müssen dann nur immer wieder diese puffer fische finden damit ich neue munition kriege aber ein tier zu fangen bei ein ding für eine munition ist ja nicht so tragisch schnell ja immerhin haben wir es auf jeden fall ein tier gab es dann noch wird hier es gab glaube ich auch noch irgendwie hier schon oder so ja genau da war man da hier hier explosives pulver ist da ja noch drin super aber schon lange gemacht vorhin ja wunderbar so moment ich muss erst mal was trinken und ich muss was essen sonst krepier ich gleich noch ok da war ein guter punkt hier oben aufzuhören ja und warten lassen wir noch eben das essen essen wir haben wir haben echt wir haben echt was geleistet und ich will will auch noch für mich stellen wenn das noch okay ist dann was ich will mir noch ein eimer erstellen und neun ein ich will ich will mir selbst machen ich will selbst ein haben ja wahrscheinlich nicht benutzen das ist doch jetzt habe ich auch ein eimer alles klar okay ich glaube ich noch mal eben hier hoch das ist so das ist so super ja gut okay dann hast du noch abschließende worte sagen auch wiedersehen welches genau sagen auch wieder ist das heißt so viel wiedersehen ich könnte wünsche ich könnte so viel erst mal kurz nicht okay dann wenn wenn wir die folge dann bis zum nächsten mal ciao